Ja, so rückwirkend betrachtet macht das irgendwie Sinn, obwohl ich halt, früher war ich dann zum Beispiel, ich hatte ja so, in der Schule hatte ich keine Freunde, also anfangs, ne, in den Anfangsjahren und so, kam alles erst später, ey, lass mal ne Äpfel in Ruhe, an den Äpfel esse ich dann selber, ne, den kann ich nicht, ich kann mal versuchen Zucker zu verfüttern, an so ne, warte mal, hallo, klappt das, klappt das, hey, bleib stehen, 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 na also, man muss einfach nur wissen, wie man mit denen redet, ihr scheißverkackten Mistviecher, ihr stinkt doch nach Arschritzenkackschweiß, ich hasse Mobben, ich bin gegen Mobbing, ne, aber ernsthaft, ähm, was wollte ich dann sagen, ja, dadurch, dass ich halt, damals, ich hab ja relativ früher mit Computern angefangen, pipapo, und hab dann schon mit 6, hab ich ja auch vom ZX81 gehangen, damals, muss man mal einfach so sagen, das gebe ich jetzt gerne auch offen zu, waren lustige Zeiten, äh, dann hab ich versucht zu programmieren, mit 6 natürlich eher kläglich, und dann hat man so Programmcodes abgeschrieben, später auf dem C16 dann auch noch und sowas, damit fing das alles an, aber natürlich, damals hat man sich damit nicht so viele Freunde gemacht, äh, da sollte man doch lieber draußen abhängen und cool sein, aber, mein Problem ist, was hat, was hat sie denn, sitzt sie da gerade, ist ja süß, ach süß, mein Problem ist, ich war einfach nie cool, und hab auch nie verstanden, was es heißt, cool zu sein, oder warum man dann cool war, natürlich war man cool, wenn man die neuesten Markenklamotten hat, pipapo, aber konnten wir uns nicht leisten, ist halt so, ne, wir waren damals, haben wir in der, in der Weststadt gewohnt, im Braunschweiger Ghetto war das damals, da wo die Zigeuner, die Polen, die Russen, äh, die haben da hauptsächlich gewohnt, und so weiter und so fort, da bist du halt aufgewachsen, naja, also ich war nicht immer drin, ich hab nicht immer vorm Rechner gehangen, ich hab auch viel in der Natur, Zeit für Natur verbracht, so, Bäume klettern, pipapo, da war ich schon recht gesund unterwegs, aber halt, meistens mit mir selbst, oder mit den Tieren des Waldes, ne, mit den Tieren der Nachbarschaft, oder sowas mal gespielt, oder so, aber, naja, aber, wenn man halt so lebt, dann, da hab ich halt viel gelesen in der Zeit, und hab auch, man, fand das auch mal ganz gut, ne, und hab mich auch mal begeistert für so, für diese Welten, die man eintauchen konnte, und hab auch angefangen, selber so Welten zu erfinden, und selber so Geschichten, um so Welten zu spinnen, deswegen bin ich ja auch so rollenspieltechnisch sehr verfallen immer, und deswegen bin ich auch so ein großer Freund, und zum Beispiel, das hört man grad im Ulti-, äh, im Hintergrund, bin ich so ein großer Freund der Ultima-Reihe, weil das ja so ne, so ne wirklich lebendige Welt war, und so weiter, komm ich aber grad nur drauf, weil's im Hintergrund spielt, und, ähm, naja, und dadurch hab ich halt dann auch gelernt, mit Worten sehr viel umzugehen, und so weiter und so fort, und hab das natürlich auch ein bisschen ausgebaut, ich glaube, daher, daher rührt er das so ein bisschen, was ich aber damit sagen möchte, ist einfach nur auch für die Leute, die zum Beispiel, vielleicht nicht unbedingt die glücklichste Kindheit haben, vielleicht auch für Leute, die aufm Schulhof oder an der Schule vielleicht nicht immer das einfachste Leben führen, weil man sich da täglich beweisen muss, weil irgendwie kleine Jungs, die angewohnert haben, sich beweisen zu müssen, dass sie Eier haben, äh, oder die dicksten Eier, oder keine Ahnung, oder pipapo, das ist alles total lächerlich, das wird, das wird man später noch feststellen, darauf kommt's überhaupt nicht an, wobei uns auch gerade heute noch die Modeindustrie, will das den Erwachsenen weiß machen, die meisten fallen auch darauf rein, nicht nur die Modeindustrie, sondern generell, die ganze Industrie, auch die Nahrungsindustrie, und ach, was weiß ich, Autoindustrie, man muss immer cool sein, man muss immer schmuf sein, und leider funktioniert es ja auch bei mehr Leuten, als man denkt, fährst du eine dicke Karre, sagen die meisten Leute, ey, geile Karre, ey, du bist bestimmt voll der coole Typ, ist leider so, find ich traurig, aber naja, aber auf jeden Fall, was wollte ich sagen, auch wenn du es momentan schwer hast, und so weiter und so fort, aber das Gute ist, lerne daraus, lerne daraus, wenn du es in der Schule schwer hast, und lerne da, lerne immer wieder aufzustehen, lerne immer wieder, dir den Staub abzuklopfen, ich hab's vor ein paar Folgen schon mal gesagt, das ist das Beste, was du mitnehmen kannst, und das ist wirklich, das beste Training fürs Leben, was du mitnehmen kannst, und die ganzen Leute, die eh alles in den Arsch geschoben kriegen, naja, die werden es später schwerer haben, sollte der Bonus mal weg sein, es sei denn natürlich, du bist dein Leben lang von Beruf, Sohn oder irgendwas, oder willst dein Leben lang in Abhängigkeit leben, oder willst halt nie stolz auf irgendwas sein, was du mit eigenen Händen erschaffen, oder, oder geschafft hast, und ich kann behaupten, nichts ist so schön, als etwas mit eigener Hände Arbeit zu erschaffen, gerade unser Minecraft-Steve hier weiß das ja, was macht sie denn da, die sitzt echt, oder die kackt die da hin, sieht echt so ein bisschen aus, ne, oder sonstig, ich bin mir gar nicht so sicher, ja, und lass dich auf jeden Fall niemals unterkriegen, und lass dich auch niemals beirren, in dem was du tust, nicht alle werden es gut heißen, ich muss husten, Sekunde, bin gleich wieder da, so, bin ich, ich bin zu laut, bin ich jetzt wieder normal, äh, bin ich normal, das wird glaube ich nie passieren, dass ich mal normal werde, ich fürchte, aus mir wird kein Buchhalter mehr, das habe ich verkackt, interessant finde ich ja vor allen Dingen, YouTube ist ja so ein junges Medium, ne, was mich mal immer interessiert hat, das wollte ich schon immer mal wissen, ne, die, die Älteren unter euch, also diejenigen, die zum Beispiel, sagen wir mal, Ü25, ne, also alles über 25, würde mich mal interessieren, warum, guckt ihr hier gerade zu, was veranlasst euch dazu, hier zuzuschauen, ne, das Minecraft Publikum ist ja meistens ja, doch eher jüngeren Alters, wie man ja vor allen Dingen in der Vorbereitung, zufolgetausend gemerkt hat, leidlich gemerkt hat teilweise auch, würde mich aber mal interessieren, was veranlasst vor allen Dingen auch, so ältere Menschen, ihre Zeit zum Beispiel damit, zu verbringen, auf YouTube Videos zu schauen, und vor allen Dingen auch gerade, sowas wie Minecraft, wo jetzt so ein Typ einfach mal, fünf Folgen die ganze Zeit durch die Gegend läuft, und Bäume anpflanzt, und wieder abbaut, und anpflanzen, abbauen, und die ganze Zeit nur irgendwas quatscht, was veranlasst einen dazu, ist das der gleiche Mythos, aus dem man im Hintergrund gerne mal einfach irgendeine Serie, oder eine Doku mitlaufen lässt, dass da einer was redet, und man hofft, es wird an irgendeiner Stelle vielleicht doch mal irgendwann interessant, oder spannend, oder bereichert das eigene Leben, oder, ist es vielleicht doch mal interessant, ab und zu auch mal, so diese Ansichtsweisen zu hören, oder sowas, das würde mich echt mal interessieren, gerade halt bei, gerade halt bei den älteren Zuschauern, würde mich das echt mal interessieren, ob man da vielleicht auch noch irgendwie, so ein bisschen, ich weiß nicht, Impact hat, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ob man da noch, so ein bisschen was, zum Nachdenken beitragen kann, zum Austausch sozusagen, zum Gedankenaustausch, das fände ich halt ja doch, sehr faszinierend, so, naja, auf jeden Fall, das, nur noch kurz dazu, und wir sind immer noch dabei, das gibt's doch gar nicht, ich muss langsam mal was anderes machen, oder in Rente gehen, ich kann doch nicht die ganze Zeit hier nur, acht Folgen lang, die ganze Scheiße anbauen, so dass man wirklich effektiv, zwölf Folgen lang, nur Bäume an- und abgebaut hat, und dann guckt sich irgendwann später, das Let's Play an, und denkt sich, Alter, der hat ja 16 Folgen lang, nur Bäume an- und abgebaut, vor allem, wie langweilig muss das auf Dauer sein, wenn da jemand 18 Folgen lang, nur Bäume an- und abbaut, das hält mir doch im Kopf nicht aus, und gerade bei 20 Folgen, da wirst du ja Kürre bei, so, jetzt lass ich's aber, ich glaub, ich mach dann auch gleich mal, eine ganz kurze Aufnahme, Pause, mal wieder, das hab ich wirklich, die ganze Aufnahme lang, hab ich nur, aber gut, wir haben den Wald natürlich erweitert, auch auf der anderen Seite, das sind jetzt alle Sachen, die sieht man jetzt nicht, gerade weil wir nur hier in diesem Areal rumlaufen, aber da hinten gepflanzt haben, und da hinten gepflanzt haben, da sieht man halt, im Endeffekt nicht, was wir hier gemacht haben, und deswegen wirkt das Ganze jetzt so, sehr kontraproduktiv, ist es aber in Weid gar nicht, und wir haben wieder über 64 Setzlinge, Dörpi, Dörpi, Dörpietchen, Dörpi, Dörpilein, Dörpi, Dörpi, das sieht aber komisch aus, so, das Pferd Mountain, ein Mountie in Chicago, hier, da droppt ja sowieso nichts, ich guck mal ganz kurz, ob da vielleicht auch schon Bäume gewachsen sind, vor dem Ding, hier sind auf jeden Fall Bäume gewachsen, hervorragend, auch ein großer, jawohl, so kriegen wir es ein bisschen blickdicht zur Seeseite hin, auf jeden Fall so, dass man da nicht durchkommt, dann verschwindet der Wall hinter dem Wald, und man kann hier noch am Strand entlang stratzen, vielleicht bis zu der Stelle, und ab da an kommt man auch nicht mehr durch, weil da Wald ist, ne, so machen wir das, das ist glaube ich ganz gut, dann haben wir den Wall im Wald gelassen, dann müssen wir nicht übers Wasser ziehen, so, und hier, Alter, das Lied kommt auch ganz schön oft, und hier sieht man den Turm immer weniger, weil wir immer mehr Bäume haben, das wird so eine Grünfront hier einfach, und dadurch sieht man da oben den Turm nicht mehr, das ist natürlich auch sehr geil, ich muss die Grünfront hier noch erweitern, aber das machen wir, von da vorne, wir begrünen hier quasi noch den ganzen Gürtel, den gesamten Gürtel Express begrünen wir da, und dann schauen wir mal, hier der Wald sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, da müssen wir nur gucken, ob wir das hier so lassen, da wo es so reingeht, ob wir das hier so lassen, und dann kümmern wir uns bald auch mal um die Brücke hier, ne, muss mal ganz kurz gucken, jetzt kann ich da rüberfliegen, einfach mal kurz, muss mal kurz gucken, wo die eigentlich hinführen soll, hier noch nicht, ne, oder, hier nicht, ne, ne, da nicht, die könnte ruhig hier durch die dichten Bäume führen, vielleicht an der Schlucht entlang, genau, hier soll sie ja irgendwo hinführen, hier zu den saftigen Wiesen, wobei, da sind wir schon im Landesinneren, ich glaube, da müssen wir wirklich einen Weg machen, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, wenn die da durch die Bäume führt, vielleicht noch bis dahin, aber, ja, weiß noch nicht, mal gucken, ich weiß es echt noch nicht, so, haben wir hier noch irgendwelche Mobs aus MoCreatures, nicht, gar nichts, niente, nada, null, Alter, hier ist alles nur Flickwerk, hier werden wir leider ein bisschen terraformen müssen, damit das nachher irgendwas aussieht, so, und die Brücke, die kann über diese Insel tatsächlich, tatsächlich rüber gehen, da müssen wir mal gucken, wo die landet, und das hier ist natürlich auch, die Messerküste hier ist nicht so geil, die finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen dieses RPG-Feeling schmälert, da werde ich dann vielleicht tatsächlich mal im Creative Mode bei gehen, oder, weil das hier ist ja jetzt nicht normal für eine Minecraft-Welt, das sollte man wirklich mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das mache, ob man das irgendwie angleichen kann, mit MC Edit oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ich kenne mich da noch nicht so aus, vielleicht finden wir da was, naja, jedenfalls, da wächst schon so einiges, genau wie in meiner Hose, ne, Entschuldigung, ähm, huch, Hilfe, hier ist aber ein dichtes Buschwerk, genau wie in meiner Hose, jetzt reicht es aber mit den schlechten Witzen, genau wie in meiner Hose, so, auf jeden Fall, satteln wir jetzt den Gaul, und fliegen wieder nach Hause, und dann mache ich mal eine kleine Pause, auch wenn wir jetzt effektiv eigentlich nur, Bäume an und abgebaut haben, aber wie gesagt, das muss leider sein für den Wald, wir tun es für die Umwelt, so, Derpy, ne, Dankeschön dafür, Küsschen, so, darf man ja mal machen, und wie immer verabschiede ich mich, an derselben Stelle, an derselben Welle, quasi an der Schwelle, selbe Stelle, selbe Schwelle, so, und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme, Dankeschön fürs Zuschauen, und für die Geduld, und fürs Zuhören, und auch für die fleißigen Kommentare, und überhaupt für alles andere, dafür, dass ihr da seid, im Hintergrund ein Lied übrigens aus Meridian 59, das Spiel mit dem, vor ungefähr 13 Jahren, der Name, oder vor 12 Jahren ungefähr, der Name Gronkh begann, ja, 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 mit Meridian 59, so war es damals, werde ich nie vergessen, werde ich immer in Ehren halten, so, jetzt aber, in diesem Sinne, bis zur nächsten Aufnahme, Tschüss, und danke fürs Zuschauen nochmal, Tschüss. Tschüss.